Duhaaaaaah vor allen Dingen mit Sicherheit immer das ganze Jahr gleiche Temperaturen zumindest mal kein Regen Ja, 1000 Schrot in 2 Stunden bei einer ganz tolle Anlage in einem ganz toller Keller hat unglaublich Spaß gemacht und wir kommen wieder, und zwar sehr bald. Ja, was soll ich denn sagen? Aufgeräumter als vorher. Schießleiter macht er wirklich gut, hat auch Fachexpertise, das merkt man. Alles gut. Du bist gelobt worden. Weiß ich auch nicht. Hat er noch Luft nach oben oder ist er schon grob? Er ist grob, würde ich sagen. Sag mal was anderes, das steht hinter dir. Ich will nicht. Das ist unfreundlich mit dem Handy zu spielen, während dann gefilmt wird. Was soll ich denn jetzt sagen? Ich bin der Leiter der SLG Lambertheim. Ich freue mich, dass ich jetzt hier bin. Dass der Jan mich interviewt. Es war wieder ein schöner Schießabend. Es hat viel Spaß. Dein Chanspielerisches Talent ist echt gut. Du wirst nicht mal rot, wenn du lügst. Es war genial. Es war das erste Mal hier. Ich freue mich sehr. Und also sowohl vom Personal her, als auch vom Klima her. Es ist einfach noch schwer in Worte zu passen. Da ist man so richtig gut. Perfekt. Echt ein tolles Gefühl. Ich kann es jedem mal empfehlen. Echt toll hier. Tolles Team. Tolle Schießanlage. Gute, super Auswahl an Leihwaffen. Super Schießleiter. Super Schießleiter. Alles top. Meiner Meinung nach die einer der besten Schießanlagen aus dem Umkreis hier. Es gibt keinen Rabatt. Ne, alles top. Nordic Components Wechselsystem. Damit man ein bisschen günstiger trainieren kann. Und mehr Zeit auf der Schießbahn verbringen kann. Passt also auch einwandfrei auf die Schmeißer. Hat einwandfrei gepasst. Also musste nicht nachgearbeitet werden, entgegen dem was in der Beschreibung stand. Hat super gepasst. Oh nein, geh weg, geh weg, geh weg. Ist das nicht manchmal anstrengend? Ich doch nicht. Habe ich dich definitiv mit meinem Design irritiert. Du hast mich definitiv mit deinem Design irritiert. Irritiert, ich kann nicht mehr mehr. Guck mal. So, Tippmann in anders. Ja, definitiv. Wie gesagt. Wn ocht Rubf. Wie gesagt wird? Vielen Dank.